Amen. Und der Herr sagt heute zu euch, ja, stütz dich nicht auf deinen eigenen Verstand, denn ich habe viele Wege, um eine Sache auszuführen. Oh, es sind nicht die Wege des Intellektus, an erster Stelle, sondern es ist der Weg des Glaubens. Mir vertrauen, meinem Wort vertrauen, und du wirst sehen, so wie du vorwärts gehst in dem, was du in deinem Herzen empfangen hast, weil ich es dir zugesprochen habe. Du wirst sehen, spricht der Herr, dass die Offenbarung kommen wird darüber, wie es zu Ende gebracht wird, wo dein Intellekt dir gesagt hatte, das ist unmöglich. Denn siehst du, es ist keine natürliche Art und Weise zu leben, sondern eine übernatürliche Art und Weise. Und ich bin fähig zu tun, über die Maßen weit hinaus, über all das, was du mich gebeten hast und gefragt hast und weit über das hinaus, was du gedacht hast. Erinnere dich daran, es gibt immer noch mehr. Es gibt immer mehr. Also schau nicht zurück auf die Erfolge von gestern und auf die Fehler von gestern. Sondern lern aus allem, aber schau nach vorn, denn ich werde ein Neues schaffen. Ich werde ein Neues tun. Es wird frisch sein. Es wird frischer sein als das Alte. Denn ich will dir geben Frische, um vorwärts zu gehen. Und diese normalen Dinge zu tun, zu denen ich dich berufen habe. Also seid ermutigt, spricht der Herr. Für diejenigen, die im Geist wandeln, wird es ein Jahr sein von übernatürlicher Kraft. Für diejenigen, die am Wort bleiben, sie werden auf dem richtigen Weg bleiben und nicht verführt werden. Für die, die sich fokussieren auf die Dinge der Welt, wird es nicht gut werden. Es wird kein guter Weg sein. Denn die Dinge der Welt werden in eine ganz andere Richtung abdriften. Die Dinge Gottes aber werden vorwärts gehen und in der Ausgießung meines Geistes in dieser Art, dieses ausgegossenen Geistes. Und das sind die, dass wenn die Dunkelheit einbricht, sie werden im Licht unterwegs sein und sie werden nicht bewegt sein von den Wegen der Welt, sondern sie werden bleiben in den Wegen des Herrn. Also mach das zu deinem Fokus. Nicht schauen auf die Tragödien in der Welt, sondern fokussiert auf das, was ich gesagt habe für meine Familie, für meine Gemeinde und für diese Generation. Halleluja. Das ist es, was der Herr sagt. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Herr, wir empfangen. Wir halten fest an dem, was du gesagt hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wow.